Ein Flott nochmal durch die Zelte gewascht. Alles mitgenommen, was geht. Essen, Munition. Vergiss nicht alle PD-Flaschen, ich will ja schalten. Hier liegen noch gute Tarnrosen. Was ist denn da draußen? Junge. Obwohl, ist ja egal. E-MOM Server hat ich diesen schon mal gefunden und das angebaut, aber... Der hier ist Christine, der hier ist noch besser. Wo du spielst? Wo du spielst? Achtung, ich hab den Zombie gehört. Okay, der geht auf mich, also ist egal. Halt ein. Halt ein. Jetzt gehen wir noch in den Runden runter und dann... Da bin ich schon. Ist ja noch geil. Sozusagen. Bunker. Sozusagen. Sozusagen. Komm mal kurz her! Sondiere gar nur die Nacht. Wie geht's? Oh, nice. Oh, nice. Schön. Da kann ich jetzt eine Kugel reinladen. Hoffen wir, dass ich noch ein Magazin finde. Komm mal her, nochmal. Willst du den Schalter einfach dranladen? Warte. Warte. Ich baue dir so ein Ding an. Malte, ich will ja keinen. Raus ein. Raus ein. Hier hast du ein bisschen trinken. Warte, ich baue dir ein. Da liegt dein Ambo. Steck mir jetzt auf deiner Spurlaffe. Ne, ich kann den nicht auf die Moose hin machen. Klar. Ja. Wenn auf der Afe, dann auf die Moose hin. Ne, das geht nicht bei mir. Dann leg mal deine Moose nach dem Boden. Das geht. Das nicht geht, hallo. Ah, ne, warte. Jetzt wollte ich es nicht. Gib die, äh, Zins rein. Ah, weil du einen Kompensator dran hast wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Die Fläche steht hier. Drüben. Ah, an der Wand. Ja, das hat doch schon einen ganz anderen Eindruck. Ja, das ist doch schon einen ganz anderen Eindruck. Ja, das ist doch. Ich brauche trotzdem Scope. Ja, ich auch. Aber hier... Ich bin am Gefängnis. Ich sehe nicht da rein. Alter. Hm. Ich weiß, wer hier überleben wird. Wer denn? Natürlich du. Marke drauf liegt hier, falls du da eine raus hast. Hab ich schon. Ich meine, ob du hier aufgeschmiert bist und ich weiß nicht. Hm? Längst mir überlebt. Ich lebe die Blitzen. Oh. Ich? Warum? 9mm-Patronen. Ja. Ja. Die 9mm-Kügelchen nutzen wir nicht ohne Magazin. Komm mal her. Eine hier. Dann hier. Dann warte. Im gleichen Zuge hier. Alter. Das ist Munition. Ja, ne... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, da kommt ein Zombie hier. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in den Metallzaun. Warte, ich fange hier ab. ... ... ... ... ... ... ... Ich bin über dich. Ah, sehr schön. Nichts geht über ein süßes Blondie. Keiner ist die Spieler. Wo ist der? Keiner ist die Spieler. Auf der Hand gegenüber von der Marke. Achtung! Schießen! Oder dann... oder... oder schießen nicht. Ich hab ihn erschossen! Haha! Da ist noch einer. Oh ne. Oh ne, kann ich nicht mehr. Ich bin leer. Scheiße. Kai, ich bin... Keine Achtung, ne. Scheiße, Scheiße. Ich stehe unter Strom gerade. Scheiße, ich muss die Scheiß Waffe laden. Kai, gib mir einen Moment. Okay, ich bin wieder bereit. Wo bist du? Scheiße. Verbind dich, Mann! Verbind dich, Mann! Warte mal, ich komm mal grad hier rüber. Ich bin hinter der Mauer. Ja, ich wurde aber getroffen eben. Ich weiß... Ich weiß, ob da noch einer ist. Hinter der Baracke ist niemand. Vielleicht ist niemand in der Baracke. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht, Mann. Oh Mann. Ich glaub... Das erste Mal, dass du ein Spiel hättest du dich getötet. Ja, eigentlich schon. Ich war immer nah dran, aber... Der ist der richtige Spielerkill. Alter... Boah, fuck! Boah! Alter... Boah, fuck! Boah! 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 Oh, bist du das? Ja. Bist du das? Ja. Oh Gott. Kai, hier ist noch einer. Lass dich hier verduften. Kai, holst du hin? Der ist bestimmt hinter der Mauer. Wir sitzen jetzt in der Pfanne. Ja, deck mich mal kurz. Lass mich verarschen. Lass mich hier verpissen. Ja, weil mich keine Munition in Europa braucht, ne? Das ist große Scheiße. Bist du wieder so weit? Bist du wieder so weit? Kai, wir müssen hier raus aus diesem Gelände. Ja, raus. Gelände. Move, move. Hey, ich komm nach. Ich komm nach. Ich komm nach. Ich komm nach. Hinlegen, 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 hinlegen. Nee, wenn wir jetzt hier... Kai, die umkreißen uns. Der Truck gehört 100% Leuten. Ich hab doch ein paar Leute jetzt den gesehen, quasi. Lass mich hier stehen. Lass mich hier stehen. Ich glaub, ich spinne. Ich spinne. Warte, wir müssen uns diesen Lastwagen dünnen. Nein. Lauf hin, ja. 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 Wir müssen das mal sammeln. Du hast schon gehabt, wo ich hinter der Mauer dem zweiten begegnet bin. Der hat doch nicht geballert. Gott sei Dank war das nicht so ein Profi. Alter, wer hat da aber ne... Irgendeiner hat doch mit einer MG drauf geballert. Ich hab keinen Automatikschuss gehört, oder mich daran jetzt erinnert. Keine Ahnung. Ja, ich glaub dein... Das ging so... Ich hab mich hier da... All dem Fall ist... Damaged. Ey, unser Ding... Ist... Fieser Nuag. Ja, ja, hab ich gesehen. So, Digga, jetzt warte mal. Ja, ich... Komm. Geil, welcher Zaun ist das? Das war vollstarig. Wie geht der Stift? Wie geht der Stift? Das war so geil. Das war so geil. Ich hab ihn halt. Aber der hat gefräsen, Alter. Der hat ganze SKS-Magazin gefräsen. Meine, meine... Wo läufst du denn hin? Ja, hier. Lage. Sondieren. Guck mal, ob du irgendwo ein Lass anst. Verdammt, ich muss kurz ne Dose weg. Hauen. Also ne. Soda. Ey, das war so geil Action. Oh, meine... Mein Schallinn ist auch am Arsch. Ja, das ist sowas. Wohin kann ich mord machen. Komm, lass uns verpissen, Alter. Boah, da kommt dieser Zombie an. Boah, da kommt dieser Zombie an. Hey, lass uns vermessen, Alter. Lass uns rumlaufen. Guck mal an.